Keine Hexe ... Nö statt dass irgendeiner das Merch da hochträgt Nö nö Äh wie war das mit dem Esse im Lidl? Esse im Lidl? Ah fuck Voll geblendet Geblendet Was macht denn überhaupt der Scheiß Gitter-Schreit offensichtlich? Das Handyhalle, das ist doch. Du kannst so das Auto rüber vorstellen. Das gibt's nicht. Können wir unbedingt ein bisschen erraten, weil ich soll es filmen, also mach ich das. Ich habe die Hälfte mit der Veröhnung. Wir haben die Veröhnung, Abbie. Im Sommer nicht. Drei, zwei, eins, und halt. Aber Scheiße! Aber das Veröhnung, also das wird's für die Hälfte. Das ist scheiße, dann muss man das reparieren. Die Dun-Kack-Sau ist echt komplett abgebrochen. Ich würde fast sagen, dass es brennt ab. Wenn man nur will, dass es eben nicht in die Hände fällt, dann suche ich vielleicht tatsächlich einfach nur hier. Hey, repariert! Underground! Das ist da, wo der Musiker auch fast sofort ist. Man muss so viel reden, wo es heute und eine Luft holen kann zwischendurch. Jetzt macht sich jeder noch schön nass und macht sich noch ein bisschen Aufräschung. Und dann geht er halt ab auf die Bühne. Und Bernie, schon aufgeregt? Gott sei Dank! Bernie ist ja kalme, vertrat sich gerade schon auf mich. Fänger sind warm, alles geübt, wundervoll, klappt. Voll bis Beuland. Ist egal, das kommt sowieso eher Schnurmmauftritt raus. Vielleicht. Wird scheiße, wird scheiße, wird sauscheiße. Er hat sein Ziele für heute schon gesteckt. Finde ich gut. Tu da schon ein Fechtfugel. Du bist ein Wichsfugel, du. Ich glaube, was wollen ist, ich klappe zusammen. Und wenn du es schaffst, vor mir zusammen zu klappen, gehe ich nicht mehr aus. Ich bin heute auf jeden Fall der Mörder-Crop-Daster auf der Bühne. Ja. 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 Oh, du hast alles. Ich mag mal die Horst, vor der Sommervergessung. Die sind schon jachig gespät, weil hier null Luft ist. Aber dafür ist sehr viel Lust. Das war wahrscheinlich kein Schweißdropfen. Ernie, fang! Fang! Okay, Mika, ich bin mal so freundlich plötzlich aus dem Bild. Danke. Aber der Tobi, der Tobi kann. Tobi ist mit Abstand bevor zeigbar. Nee, nee, komm, du, es bin jetzt drin. Gott bleibt bei der Nachabfertigung. Und ich muss sagen, ich bin verdammt froh, dass es auf YouTube noch keine Geruchsfunktion gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe verdammter Lederkotzen durchgeschwitzt. Und deiner war noch mit Vollstatt. Aber ich habe es halt echt komplett durchs Leder durchgemacht. Gott, was für eine Gestalt! Hey, weg! Tommy! Servus. Was geht? Ich bin müde. Echt fertig. Tobi! Ja, genau. Das war mal so richtig schön. So richtig schön war das hier. Geh kacken, Junge. Hast du wieder keine andere Wortwahl, hm? Nein. Mein Freund. Ich habe nie eine andere Wortwahl. Gehen manipuliertes Arschlochen. Hat Geld nutzt, du dreckig. Deine Mama kann bestimmt eine Panzerkick starten. Da ist er ja. Da ist er ja. Schönen guten Abend, die Herren. Macht's gut. Die Herren, die Damen. Ich behandle Leute so lange schlecht, wie ich will. Nein. Ah, da bist mein Graal. Glaubst du, ein Neidlaser hat auch schon hier geschlafen? Echt? Ich war eine Frage. Nee, die kommt doch hierher. Ich weiß. Aber das ist ein geiler Gedanke. Ja, irgendwie schon. Wenn man wüsste, wo die wohnen, könnte man ja vorbeifahren. Ja, die haben nicht in Ruhe. Wo ist doch eigentlich überhaupt Gehörschutz in der Ruhe? Das ist nicht. Bringt jede Bass nicht wirklich viel. Ja, die Peipe aus dem letzten Loch, ja. Verklappter Scheiß. Alter, ich verkehr sie kurz schlafen. Hör mal auf da rum zu schreien. Gleich, ich probiere sie zu schlafen. Ich bin da Wehruhe für ein Auge. Haaaaaaaaaaaaaaahhhhhh! Hahahaha. Hahahaha. Halt einmal du Spass. So, Kinder. Gute Nacht, John Boy. Jetzt brauchst du das gar nicht zu filmen, das werden wir eh niemals veröffentlichen. Das kannst du voll vergessen. Das glaubst du aber. Das kannst du voll vergessen.